Die Digitalisierung hat unsere Lebens-, Arbeits- und Produktwelt stark verändert. Viele Dinge sind nun digital miteinander verbunden. In Zukunft werden Produkte vom Molekül bis zum fertigen Bauteil auch digital designt werden. Wir legen dafür heute gemeinsam die wichtigsten Grundlagen. Die Plattform Material Digital steht für die vom BMBF geteilte Vision, in Deutschland einen industriell relevanten Werkstoffdatenraum zu schaffen. Die Plattform Material Digital strukturiert und koordiniert die Aktivitäten der materialwissenschaftlichen Community zur Digitalisierung sämtlicher Daten aus Materialforschung und Werkstoffentwicklung. Virtuelles Materialdesign entlang ganzer Wertschöpfungsketten und die digitale Begleitung der Materialien im Lebenszyklus der Produkte sollen der neue Standard werden. Um ein einheitliches, gemeinsames und systematisches Vorgehen auf dem Weg zum virtuellen Material zu ermöglichen, entwickelt Material Digital skalenübergreifend Werkzeuge, Normen und Standards, mit denen die Digitalisierung der Materialien vorangebracht wird und ihren Weg in die industrielle Anwendung finden kann. Den digitalen Wandel in der Materialwissenschaft und Werkstofftechnik zu realisieren, ist eine komplexe Herausforderung. Die Umsetzung erfordert innovative Werkzeuge und als Basis eine gemeinsame Sprache, sogenannte Materialontologien. Die Ontologieentwicklung muss als gemeinsame Anstrengung der gesamten materialwissenschaftlichen Community in Angriff genommen werden. Wir bringen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Industrie, der Forschung und internationaler Netzwerke zusammen und moderieren die Prozesse. Durch konkrete Digitalisierungsprojekte für die jeweils wichtigsten Werkstoffgruppen regt Material Digital die Zusammenarbeit innerhalb der Community aktiv an und erzeugt neue Netzwerke. In einer ersten Ausschreibungsrunde wurden beispielsweise der Lebenszyklus des Baustoffs Beton und eine entsprechende Ontologieentwicklung für die gesamte Prozesskette der Betonherstellung und Verarbeitung angestoßen. Vergleichbare Projekte für die Werkstoffe Keramik, Stahl, verschiedene Legierungen und viele mehr erweitern die Werkstoffpalette. Die wissenschaftlichen Daten und deren Verarbeitung aus den Projekten sollen in einen einheitlichen und nach FAIR-Prinzipien aufgebauten Werkstoffdatenraum überführt werden. Dazu wird eine digitale, gemeinschaftliche Architektur entwickelt und inklusive exemplarischer Workflows bereitgestellt. Die Workflows wiederum laufen in einer Softwareumgebung, die es erlaubt, einzelne Prozessschritte in einer Kette nachvollziehbar und automatisiert ablaufen zu lassen. Die dabei entstehenden Daten können von industrienahen Materialexpertinnen und Experten nachgenutzt werden. Eine gesicherte und lokal zu implementierende Softwareinfrastruktur wird durch Material digital bereitgestellt. Diese ermöglicht unterschiedlichen Usergruppen die dezentrale Speicherung ihrer Daten innerhalb eines vernetzten Datenraums. Die entstehenden Daten verbleiben dabei immer in der Hand ihrer Urheber, die darüber entscheiden, ob und mit wem diese geteilt werden. Nachhaltige Forschung, Industrie und Mittelstand bekommen durch Material digital sowohl einen universellen digitalen Werkzeugkasten als auch perspektivisch eine individuell gestaltbare Vertriebsplattform, die es erlaubt, Forschungsergebnisse immer wieder neu zu verwenden oder gegebenenfalls durch neue Geschäftsmodelle weiter zu vermarkten. Um in der digitalen Zukunft der Industrie 4.0 mit ihren beschleunigten Innovationszyklen nachhaltige und ressourcenschonende Lösungen zu entwickeln, ist die Digitalisierung der Werkstoffe der nächste folgerichtige Schritt und benötigt das breite Engagement vieler unterschiedlicher Stakeholder. Informieren Sie sich unter www.materialdigital.de und nehmen Sie Kontakt mit uns auf.